So, was haben wir hier? Das ist der Stahlrollen und hier mit Tanja. Hätten wir schon ein Kommando, was wir freischalten können. Aber ich mach beim Stahlrollen weiter, weil Tanja ist eine relativ... ...ja, schwierige Mission. Die Hauptmissionen sind bis zum Schluss alle relativ einfach. Ich bin beeindruckt. Sie haben sich bis jetzt recht wacker geschlagen. Aber jetzt wird es Zeit für meine Stahlrollen. Die machen mit ihnen kurzen Prozess. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Das ist eine gute Mission. Zwei Ölbohrinseln am Anfang und 20.000 Rohstoffe. Dafür darf ich halt gegen drei Gegner gleichzeitig kämpfen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Wird gebaut. Ich habe nicht wirklich so viele Möglichkeiten zu expandieren, weil ich hier ziemlich viel verteidigen muss. Nur dafür haben wir eine sehr, sehr schöne Map hier. V abgeschlossen. Wird gebaut. Jetzt geht's mit der Energiegrad nicht aus. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Wird gebaut. Wir brauchen aber noch ein bisschen mehr. Bau abgeschlossen. Zwei hier. Neue Bauoption. Wird gebaut. Normalerweise würde ich hier auch noch ein paar Spektrum-Türme hinbauen, aber da habe ich ja leider noch keine. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Wird gebaut. Ausbildung. Wird gebaut. Der Weizel, wo ist das Problem? Baut geschlossen. Der Weizel, wo ist das Problem? Baut geschlossen. Der Weizel, wo ist das Problem? Baut geschlossen. Neue Bauoption. Der Weizel, wo ist das Problem? Der Weizel, wo ist das Problem? Bis jetzt brauche ich keine Weizelfreigabe als Normale. Und auch noch kein Verteidigungsministerium. Ich habe noch keine Einheiten entdeckt. Ihre Befehle? Kein Problem. Javelin einsatzbereit. ISB erwartet Berlin. Ich habe noch keine Texte, die so hoch gehen einfach. Unser Stoßpunkt wird angegriffen. Javelin einsatzbereit. ISB erwartet Berlin. Reparatur läuft. Javelin. Javelin an den. Das höchste, was ich zum Tag in der Zeit habe, sind die Guardian-Panzer und die Zerstörer. Guardian-Panzer einsatzbereit. Beide davon. Unser Stoßpunkt wird angegriffen. Reparatur läuft. Nur die weitere Freihabe. Guardian-Panzer einsatzbereit. Reparatur läuft. Ich will jetzt in den Generator-Kern. Also ich war... Ich kenne eine Taktik, die es beinhaltet, den Gegner mit Defender-Kernen zu überrennen. Aber mit den Generator-Kern habe ich das noch nicht gesehen. Wird gebaut. Guardian-Panzer einsatzbereit. Unser Stoßpunkt wird angegriffen. Reparatur läuft. Bau abgeschlossen. Guardian-Panzer einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Guardian-Panzer einsatzbereit. Laut gebaut. Guardian-Panzer einsatzbereit. Feindliche Einheiten entdeckt. Guardian-Panzer einsatzbereit. Die Stoßpunkt wird angegriffen. know-empfang wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Cool. Ehe Deparatur läuft. Ich glaube, das Schlimmste an den Stahlräumen, die die mir hier entgegen schicken, ist tatsächlich die Tatsache, dass sie... Faktische Einheit, IFV bereit! Hey Mann, wie geht's? IFV bereit! Bin auf Empfang! Bin unterwegs! Bereit! Bin auf 6 Uhr! Hey Mann! Faktische Einheit, IFV! Faktische Einheit, IFV! Guardian-Panzer erwartet Befehle! Faktische Einheit, IFV! Faktische Einheit, IFV! Faktische Einheit, IFV! Faktische Einheit, IFV! Kampf bereit! Wo brennt's? So gut wie erledigt! Also los! Wir fahren los, okay? Peacekeeper, bereit für Transparenz! Guardian-Panzer ist bereit! Und der Stiftfrau ist angegriffen! Preparatur reißen! Kaffee! Aufstehen! Aufstehen! Ich bin auf Empfang! Zuwinden! Bereit, Schöne Wurzungsprobleme! Bereit, Schöne Wurzungsprobleme! Bereit, Schöne Wurzungsprobleme! Bereit, Schöne Wurzungsprobleme! Verhalten Sie die Unordnung, Schach! Noch einer hier an! Bereit, Schöne Wurzungsprobleme! Ist geil! Wie Sie wünschen, Schach! Mach dich, hab dich! Bewegung, Jungs! Natürlich, Schach! Bereit, Schöne Wurzungsprobleme! Also los, Jungs! Sind unterwegs, Schach! Eine Aufruhrmaktion, hm? Ruhe Jungs, der Kravate ist dran! Gavienpasser, sehr wichtig gewinnen! Natürlich, Schach! Sind unterwegs, Schach! Positiv, Schach! Jetzt seid ihr fällig, Jungs! Feier! Feier frei! Und feiert! Und feiert! Aufruhrmaktion, hm? Ja! Eine Aufruhrmaktion, hm? Jetzt seid ihr fällig, Jungs! Oh, hallo! Oh, hallo! Anweschen! Hängen Sie nach Hause! Noch einer, ja? Noch einer, ja? Noch einer, ja? Ja! Ah, man muss doch nicht so viel Arbeitspray belegen, dass der, vielleicht in der Bauhof jetzt hier zusammenklappt. Jetzt geht ja gar nix. Geht ja gar nix. Ich bin jetzt schon wieder. Jetzt gehts wieder. Ja, da haben wir die E-Größe, kann ich jetzt nicht wirklich spielen, weil vor euch hatte ich schon die Mission, da habe ich schon wenigstens mit Blüter geracht. Das ist jetzt hier einfach ein bisschen zu lenken. Vielleicht sollte ich noch mal die Grafikoption ein bisschen nach unten stellen, aber was mich irritiert ist, dass es ja bis 7 gegangen ist, zu 2.2. Können wir irgendwie helfen, ja? Jetzt geht ja gar nichts mehr. Was hat das jetzt ausgelöst? An der Aufnahme kann es ja auch nicht wirklich fliegen, weil... Zwischen drin hier wieder ein bisschen. Äh? Ja, da geht es gar nicht. Aber einfach nicht. Es wird durchführen, aber... 1,1 oder weg? Nummer 1 ist weg. Nummer 2. Nummer 1 ist weg. 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 Nummer 1 ist weg.